Die Weibelfeldschule ist eine kooperative Gesamtschule. Sie vereint alle drei Bildungsgänge unter einem gemeinsamen Dach. Damit kann Ihr Kind an unserer Schule den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss und das Abitur erwerben. Die Basis unserer Schule bildet die Förderstufe. Hier werden alle Kinder gemeinsam unterrichtet. Gemäß ihrer Neigung und ihres Talentes besuchen sie eine Themenklasse. In der sechsten Jahrgangsstufe beginnen wir mit der äußeren Differenzierung in den Fächern Mathematik und Englisch. Äußere Differenzierung bedeutet, dass Ihr Kind in dem entsprechenden Fach am Unterricht des A-, B- oder C-Kurses teilnimmt. Durch diese äußere Differenzierung wird die Tendenz für den weiteren Bildungsweg in der Jahrgangsstufe 7 festgelegt. Dabei entspricht der C-Kurs den Bildungsgang der Hauptschule, der B-Kurs den Bildungsgang der Realschule und der A-Kurs dem des Gymnasiums. Neben der Kurseinteilung sind aber auch die allgemeine Lern- und Leistungsbereitschaft Kriterien für den Besuch des weiteren Bildungsganges. Als Gesamtschule legen wir Wert darauf, dass alle drei Bildungsgänge gemeinsame Bausteine aufweisen. Die berufliche Orientierung, die Persönlichkeitsstärkung, das soziale Lernen und unsere Wintersportwoche. Die Wahl der zweiten Fremdsprache erfolgt in der Jahrgangsstufe 7. Im Bildungsgang der Realschule ist das die Sprache Französisch, im gymnasialen Bildungsgang sind es die Sprachen Französisch, Spanisch und Latein. Um die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen zu ermöglichen, besteht über die sogenannte Bankbildung für leistungsstarke Kinder die Möglichkeit, am Mathematik- und oder Englischunterricht des nächsthöheren Bildungsganges teilzunehmen. Der Wahlpflichtunterricht wird schulzweigübergreifend unterrichtet. Hier können sich unsere Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Interessen in verschiedene Kurse einwählen. Wir bieten Kurse im Bereich der Sprachen, der Kultur, in MINT, im AV-Studio, in Kochen und Werken und in Sport an. Mit dem qualifizierten Realschulabschluss und der Versetzung im Gymnasialzweig kann unsere gymnasiale Oberstufe besucht und so am Ende der höchste Schulabschluss, das Abitur, erworben werden. Besonders begabten Kindern ermöglichen wir das Überspringen einer Jahrgangsstufe. Weitere Angebote der Weibelfeldschule sind eine Nachmittagsbetreuung mit einem umfangreichen AG-Angebot. Schüleraustauscher zum Beispiel nach Südafrika, China, Spanien und Frankreich, ein eigenes AV-Studio und unsere Schul- und Stadtbücherei. Die Weibelfeldschule wurde mit dem Gütesiegel für Hochbegabtenförderung ausgezeichnet. Darüber hinaus tragen wir die Siegel Schule mit Schwerpunkt Musik, MINT-freundliche Schule und Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.